Übrigens, vielleicht möglicherweise sind übrigens die Schmetterlinge nicht ganz vom Gehen. Vielleicht möglicherweise hat irgendjemand die Schmetterlinge geplatziert. Wir sind voll hübsch, wir sind nicht klein, sagst du. Achso, übrigens, vielleicht sollten wir jetzt rennen. Ich hab da nur so'n Bauch geführt. Ah! Was? Oh mein Gott, du hast die ja getötet. Ich glaub, ich bin tot. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Erinnerst du dich, als du gesagt hast, ich glaub wir sollen rennen? Also, kam vielleicht eine Millilie-Sekone zu spät. Wieso, wir haben Leben noch damit. Und damit hallo und herzlich willkommen zum allen neuesten Video. Ich bin glücklich tot. So, bin ich tot, ich sonne mich nur im Schatten. Zusammen mit Kevin, Kevin übrigens, die ganzen Löcher in deinem Körper lenkt mich übrigens ab. Und eine unnatürliche Haltung. Zusammen mit Kevin und mit Dave sind wir endlich auf Tanoa eingekommen. Tanoa ist die neue Map für AB3, die ist offiziell, nicht von irgendwelchen Hobby-Modern gemacht oder sonst irgendwas. Komplett neue Baum-Models, komplett neue Häuser, Waffen, Fraktionen, alles ist neu. Nicht nur an Tanoa, sondern auch gleichzeitig an den Add-On, was mit Tanoa dazugekommen ist. Das bedeutet übrigens, David, möchtest du mir ganz kurz ein, zwei Eckdaten geben zum Apex-Update? Bzw. Add-On? Ist ja ein Add-On, ne? Ja, Add-On, Schrägschicht DLC. Neue Waffen, neue Fraktionen, neue Gebäude, neue Map, alles wunderschön. Ja. Übrigens, da vielleicht sollten wir, komm mal mit mir mit. Ja. Tschüss Kevin. War schön mit dir Kevin. Ich schildere mal hier noch ein bisschen. Wirkst du da noch? Hast du noch eine Kamera oder so? Ja schon, aber ich kann mich nur angucken. Ich mein, guck doch einfach mal, wie wundervoll leger... Wundervoll! Ich hab's nicht vor, wo ich mir zusammelassen. Wollen wir mal gehen? Ich hab's nicht vor, wo ich mir zusammelassen. Oh Mann, echt. Hey, ich hab nur der Sieb eingeschaltet für ein informatives Video über Tanoa, aber er macht die ganze Zeit nur Gunruns mit einem Wipeout. Und da hinten drin ist immer noch. Okay, komm, wir konzentrieren jetzt. Seid nicht verwirrt. Tanoa ist die neue Map, die neue Dschungel-Map, ja? Und die ist von Bohemia Interactive gemacht. Das bedeutet, sie ist Top-Notch, sie ist High-Quality-Shit. Jedes Gebäude muss sicherlich begehbar sein auf Tanoa, weil sie von Bohemia Interactive ist. Das sind die Jungs, die auch einmal drei gemacht haben. Das Add-On kostet wie viel Kevin? Ich glaub 23 Euro oder so? Momentan ist es noch, glaub ich, runtergesetzt, bis es halt rauskommt, glaub ich. Ja, übrigens ein, zwei Gebäude sind vielleicht nicht begehbar, wie ich grad feststellen musste. Das ist ein bisschen schade, ja? Das erste, was ich gesehen hab auf der Map hier, und das erste, was ich jetzt vermutlich sage, ist, nicht jedes Gebäude ist begehbar. Und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Aber, ey, das ist auch noch nur vor-op-Version hier, das ist ein Development-Bild. Wer weiß, vielleicht gibt sich irgendjemand einen Ruck und vielleicht haben wir dann doch noch die Möglichkeit, irgendwie alles zu begehen. Wer weiß. Na gut. Ich hab mir übrigens überlegt, wie machen wir das am besten mit Tanoa? Entweder wir erforschen das zu Fuß, oder mit einem Helikopter, oder mit der Spectator-Kamera, oder sonst irgendwie. Und dann dachte ich mir, wie wärst du mich Kevin erstmal mit dem Viper-Auto umbringen? Ich find's vor allem gut, der Ansatz zu Fuß. Also das wird jetzt eine 100-Folgen-Reihe? Ja, kein Problem. Deswegen, ich hab mir übrigens das überlegt hier. Get to the chopper, Dave! Get to the chopper! Bitte sag mir, dass der nicht explodiert gleich. Ich weiß nicht, hier explodiert irgendwie alles. Das ist das Hauptproblem gerade. Ich schaff's einfach nicht, informative Videos zu machen, ne? Meine Videos werden immer... Wir lachen nur blöd rum. Die Informationen sind aufgeteilt auf 10 Minuten. Also die Core-Essenz-Informationen. Dann schaltet jeder ab. Ja, dann schaltet jeder ab. So, mäh. Kursdoppersize-Indicate. Neuer Heli, oder? Äh, ne, der ist alt. Aber vielleicht eine neue Lackierung? Okay. Wie geht's dir so, nachdem der Viper durchgebracht hat? Warum seid ihr eigentlich die Sicht... Warum seid ihr so Zwilling? Was ist durch los? Partnerloch und so. Wusstest du übrigens, dass Tanoa eins der friedfertigsten Länder ist, die es gibt? Wirklich. Tanoa ist... Tanoa ist ein Urlaubsresort. Der ist ein Notaire-Resort. Der Frieden ist eingekehrt in Tanoa. Ja. Guck mal da oben da, da sind die Flieger-Staffel. Die Green Angels. Ja. Das ist eine Kunstflugschule. So. Boah, bist du genauso pappt wie ich, Knippel? Oh Gott. Ein bisschen. Guck dir das an. Ich guck mich hier gerade nur um und weiße was sie sagen sollen. Knippels Hose und zu seinem Hut passt. Ach, da hast du gerade drauf aufgepasst, gerade. Ich guck's dir an. Ich hab mir überlegt, ja, ich hab mir überlegt, vielleicht können wir mit der Kamera drüber fliegen. Ich hab mir überlegt, vielleicht, keine Ahnung, können wir mit dem Helikoppler drüber fliegen. Aber ich hab mir jetzt anders überlegt, ja, wir fahren jetzt mit dem Auto hier durch. Und das wird jetzt bestimmt fünf Stunden dauern bis zu fertig sind mit der Aufnahme. Wir haben nur ungefähr sechs Anläufe gebraucht. Ja, ungefähr sechs Anläufe. Dies habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ich vernünftig aufnehmen kann. Nur das ist übrigens das Rollfeld hier, Knüppel. Wir sind auf der nordwestlichen Insel. Und wenn mich nicht alles täuscht... Ja, es ist wirklich wessen diesmal, ja. Ich hab diesmal nicht ost und westen vertraut. Hier testen wir erstmal. Wichtigster Test. Sieht gut aus. Jawoll. Jawoll. Ach, komm mal. Nix zu ändern. Ich sollte eigentlich immer klatschen, wenn die Feature stimmen. Ja. Hat man nicht so oft bei Bohemia. Ich mein, ich bin sehr, sehr happy. Ja, ich wollte das. Ja, der Eifel sind noch Heide. Ja, ey. Ich brauche auch dir. Guck mal, bist du bereit dafür? Oh mein Gott. Darf ich mich nach vorne setzen? Klar, komm nach vorne. Ja, weil das ist hier. Und dann sehe ich noch... Wow. Ich dachte gerade... Ich muss mich doch hier umgucken. Das Problem ist, die haben immer noch die Regel, dass die Motoren-Sounds leiser sind. Ey, komm hoch. Ey, komm mal raus, komm mal raus. Müssen ruhig sein, hörte die Vögel. Pst, psst, 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 kommt raus, kommt raus. Affenbeivögel, wir müssen ruhig sein. Hey. Ähm. Ähm. Äh. Oh, das war ganz schön nah. Komm mal mit, Knüppel. Wir waren gerade schon ein paar Mal. Hier habe ich mich schon ausgelassen. Was? Die Jungs wussten nie, wo die Explosionen herkommen. Das ist die russische Technologie, die funktioniert einfach nicht richtig. Ich finde es gut, dass sie einen Panzerfriedhof angebaut haben. Komm mal mit, Knüppel, wir laufen hier oben her, wo der Dschungel unberührt ist von russischen Superpanzern. Oh, wow. Guck dir das an, wie hübsch das ist. Guck mal da oben, wie das Licht durch die Bäume bricht. Musst du gerade kotzen, David? Ich muss das Geräusch machen, weil du bricht gesagt hast. Oh, der Baum. Guck mal hier, ich habe den Baum in zwei geteilt. Oh mein Gott, wer ist das denn gemacht? Boah, hast du das gesehen? Ich bin nicht da durchgeglitscht, sondern oben drauf. Aufgekrabbel. Okay, ich sag nichts. Komm, Knüppel. Ja. Oh, Knüppel, wir haben nur ein Glitschen hier. Gut gemacht. Irgendeiner hat Damage bekommen. Geh außenrum. Oh Gott. Stell dir mal bitte vor, Knüppel, in solchen Dschungel, was ist denn in so einer Umgebung? PvP. Bam Royale oder so. Wo seid ihr, Jungs? Was ist ein Mist? Kannst du mal kehren da, weiter auf der Karte. Wir gehen zum Forbidden Village. Ah, da seid ihr. War das so mega hübsch. Das ist übrigens der Ort, wo ich gerade im Camel mit nem Y-Bard umgebrachte. Schau dir das an, Knüppel. Schau es dir an. Diese ganzen Vögel, das macht mich grad richtig verrückt. Also, im positiven Sinn. Oh, ein Boot. Das ist lustig, wie jeder sagt, oh, guck mal ein Boot. Ja. Ich war jetzt sprachlos. Ich bin nicht sprachlos, das ist ja das Ding. Ich weiß schon, was du meinst. Wir sind jetzt ja zum vierten, fünften Mal hier, weil wir über das Intro mal versucht haben zu sprechen. Ich sag mal so, weißt du, ungefähr an der Stelle waren wir, als ich das Intro gesprochen habe. Ich weiß nicht, was genau mich darauf hinweist, dass wir hier waren. Auch nicht. Oh, hier Binus für mich. Ach, endlich habe ich sie. Komm, wir gehen mal zum Wasser. Oh, guck mal, hier ist übrigens ein Haus zusammengebrochen. Oh, oh. Was hat das denn passiert? Was hat das denn passieren? Keine Ahnung, Mann. Aber warte mal, das war ein Haus, das man begehen konnte übrigens. Ich möchte mal kurz sehen, was passiert mit dem Haus, das man nicht begehen kann. Warte mal. Lass mal hier vorne zu diesem... Guck mal, das Haus hier. Weißt du, ich habe mir so ein paar Häuser angeguckt. Und das Haus hier, genau das vor uns. Okay. Oh Gott. Möglicherweise haben wir kurz die Unterstützung angefordert. Ach, Kevin, du bist ja. Dieses Boot. Ja, ja, richtig. Hier ist alles gut. Hier sind wir gut. Hier ist alles gut damit. Zum anderen Boot gerannt. So, dann gucken wir doch einfach mal, was aus dem Haus geboren ist. Erst mal... Oh. Das nenne ich mal ein stabiles Haus. Das ist halt auch stabil gebaut. Sind wir mal ganz ehrlich, ja? Hier, guck hier. Werdarbeit. Da müssen wir Leute gebaut haben. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ein gutes Holz. Gute deutsche Eiche. Das hält doch mal einen Bombenanschlag aus. Guck mal dieses kristallklare Wasser an, Knüppel. Guck's dir schnell an. Komm her. Kann ich kurz eine Frage stellen? Natürlich. Das waren doch alles Metallhäuser, oder? Die hier standen. Oder waren da auch Steinhäuser dabei? Ah, der Wasserzaun. Ah. Die schwimmen. Ne, das sind Holzhäuser. Du bist gerade ein bisschen leise. Kannst du ein bisschen näher ran kommen ans Mikrofon? Ja, klar. Warum ist dann die Ruine aus Stein? Achso, ne. Das war eines der Steinhäuser. Okay. Ich glaube, es gab eine Art von Steinhäuser. Aber wenn wir schon dabei sind. Ich meine, das ist eine berechtigte Frage, was du gerade gefragt hast. Ich meine, das sind die Dinge, die die Leute interessieren, nicht wahr? Ich meine, was passiert mit den Steinhäusern? Was passiert mit den Holzhäusern? Ich geh mal auf den Steg ganz weit nach hinten. So, hast du ein bisschen Angst oder was? Ja, wir stehen, da sollten wir vielleicht auch nicht mehr stehen. Vielleicht sollten wir doch auf den Steg gehen. Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. Der mich unter den Steg. Ich meine, das sind doch, das sind die wichtigen Dinge, oder nicht? Du bist auf dem Steg. Ja. Oh, Davey. Ich weiß nicht, ob du so nah dran stehen möchtest. Oh, im Wasser ist nicht gut. Glaub mir. Gleichzeitig. Hm. Okay. Scheinmal ist das ein ziemlich stabiles Haus. Hey, Knüppel. Knüppel. Stell ich mal in das Haus rein. Okay. Passiert nichts. Vertrau mir. Okay. Sag, wenn du drin bist. Okay. Okay. Alles klar. Lass mich vorher die Tür zu machen. Ja. Nö. Du darfst ja keinen Chip machen. Und da ist auch drin. Okay. Chat mal kurz aus. Ah, ihr seid beide hier drin. Ich sehe euch gerade in der kleinen Kamera. So, was? Soll ich das mal ein bisschen angenehmer vor euch machen? Hier. Bitte sehr. So kalt hier. Kann man jemandem ein bisschen Feuer machen? Zack da. Wer ist das noch? Nimm die Schmetterlinge weg hier. Okay, so. Auf geht's. Spiel erstmal entspannende Musik ab. Ja. Ja. Scharf. Oh mein Gott. Kein Problem. Ich habe gelernt, was ich in dem Fall machen muss, wenn ein Scharf im Fall kommt. Und, wie geht's euch? Sehr gut sogar, muss ich sagen. Okay, Moment. Wow. Warte hier. Wow, das war... Das ist interessant auf jeden Fall. Moment, warte. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir ausprobieren können. Ja. Okay. Oh, okay. Oh, what? Ernsthaft? Das ging durch. Was war das? Das war ein Mörser. Ja. Wahrscheinlich wir geht jetzt jetzt so. Okay, alles klar. Wow, wow, geil! Wow, du bist ein Anti-Mate. Das sah so aus, wenn das voll auf mich abgesehen hätte. Der hat einfach voll auf dich abgesehen. Okay. Probieren wir das nochmal neu aus. Diesmal mit einem LKW. Äh, mit einem Wagen irgendwo. Woher kommen denn nur diese Rauchgranaten? Keine Ahnung, Alter. Oh, der Sound ist aber schön. Und du musst kein Vertrauen. Meine Güte. Das war gut eingeschätzt. Respekt. Ja, dankeschön. Cool. So, jetzt übrigens, nachdem das Wipeout-Desaster gerade eben. Guck mal, die erste Stadt. Die haben wir übrigens selbst noch nicht gesehen, Knüppel. So. Ja, wir zeigen jetzt mal, was wir... 4-2 Stunden offen. Oh, echt jetzt? Ist hier auch begehbar, ist die Frage. Das sieht eigentlich alt aus, oder? Neue Gebäude. Ja. Boah, guck mal, hier ist eine Wäscheleine. Das sind so Details irgendwie. Boah, die Küche. Modules Hardware. Mega cool gemacht, ey. Ja, Mann. Noch die Uhrzeit. Oh, warte mal, der kann reingehen. Oh, Gott. What denn? Nimm das auf. What the fuck, Alter? Mario, drück alt F10. Hab ich schon. Das sieht so wundervoll aus. Ah, Alter. Coole neue Stadt übrigens. Vor allem, ich guck. Ich guck gerade auf mein Handy. Kurz umgucken bestimmt die Uhrzeit vom Glockenturm. Auf einmal sehe ich nur irgendwas oben wegfliehen. Der fühlt sich aus irgendeinem Grund nicht so ganz wohl, wenn ich permanent haubitzen und irgendwelche Mörser und was nicht alles rein calle. Ach, mir gehts eigentlich ganz gut. Ich glaube Mario fühlt sich ein bisschen unter Stress gesetzt. Du meinst das im White Bomb Massaker? Der Name ist Programm. Was sind denn für Pömmel hier? Oh, was ist das denn? Ah! Hat das ein Gesicht? Okay, einsteigen. Guck ich das an, Daniel. Oh, ist das so ne Art. Ein Totem. Elvis Presley ist das. Oh, what the fuck, Alter. Ich merke noch die Details an, dass hier so die Grenze von dem Land quasi mit so weißen Steinen markiert ist. oder mit den Reifen und sowas. Aber das wiederholt sich auch nicht. Guck mal Kripp, ich stell dir mal folgendes vor, ja? Du spielst bei Rihanna und siehst hier jemanden so? So, hi! Und dann... Verschwindet der. Da würde ich am liebsten ein M240 haben. Und einfach erstmal so brrrrrr. Und das ganze Ding heult. Und das vermutlich wieder unverwundbar, wenn er da reinschießt. Ich habe deine Mutter angefasst. Weiter geht's! Nach Georgetown! Moment! 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 Oh Gott! Moment! Wunderschön, ganz ehrlich. Boah, Bushaltestelle, guck mal hier! Oder vielleicht auch im Meflabor. Oder in der Bushaltestelle. Vielleicht auch beides. Hochhäuser! Hochhäuser! Von Ama3 direkt! Wow! Hört, die sieht gut aus! Warte, kann man bestimmt direkt benutzen für Lakeside Valley. Kann man bestimmt nicht durchfliegen. Oh, guck mal hier, die Hacker. Hast du die Hacker gesehen da rechts? Oh ja. St. Julian ist hier. Wir müssen einmal durchfahren, so. Boah, guck dir das an, bitte! Wie gut ist das? Noch eine Garage! Noch eine! Die macht sogar mal Sinn! Wow! Das ist richtig geil, der Vorort. Das ist richtig, richtig gut hier. Boah, die Schienen! Ich dachte gerade kurz, mein Wellensittich wäre wieder am Leben, aber es kam aus dem Spiel. Das hat sich genauso angehört. Knüppel, keine trocken Geschichten über das mit Januar erforschen. Danke! Ha ha ha! I'm a bonnie! I'm a train! Tut tut! Übrigens, hier habe ich ein paar FPS Drops gerade. Mit meiner Sicht, Leute. Ich habe alles auf Super, Ultra und Sichtweite auf 3000. Und Objektsichtweite auch extrem weit. Aber hier habe ich echt Probleme gerade. Na gut, ich habe ihn auf 1000, habe 60 bis 90. Ich habe 1600. NPS? Ja! Wir sind hier richtig, hier ist der Chemiker. Ich bin gleich wieder da, Leute. Hier bin ich richtig. Ich werde mich später wieder abholen. War das vorhin Parkplatz oder warum ist das Bero weiß? Knüppel, komm erst mal mit hier rein. Komm mal mit hier rein, Knüppel. Ich muss dir erst mal was zeigen hier. So, alles klar, hol die Baseballstücke raus, wir wollen Knüppel zusammen. Oh, eine Brücke ist da vorne. Oh. Oh, das war sehr. War sehr. Oh, guck mal wie geil das aussieht hier. Oh mein Gott. Man kann die Türchen auch noch zu machen, die hier vorne reingespawnt waren so schräg. Wow. Ich stelle mir hier gerade ein Ende des Zirkels vor im Battle Royale. Unter der Brücke hier. Oder hier einfach so King of the Hill Kampf. Mitten in der Stadt. Von Duises Prudiment. Heißt das? Oh, guck mal diese schönen Hochhäuser da hinten an. Also das sind nicht nur Armer, sondern auch neue. Wow. Du hast absolut recht. So, ich werde einen Test machen, ja. Wird gucken, ob was in den Hochhäusern drin ist. Naja. Ein bisschen, es ist nur Rezeption unten. Okay, alles klar. Sorry. Den Test muss ich mit Zeug machen. Oh. Mega schön hier unten aus. Holy shit. Komm, sogar so ein Kaffee unten. Hier ist unten ein Kaffee. Ein Giftshop ist hier unten. Heilige Scheiße. Komm mal, Knüppel. Ich habe da was in der Kamera entdeckt. Na ja. Ich habe einen Ort gefunden, wo wir ein bisschen Ruinspritzen können. Oh. 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 What? Wie cool. Oh, guck mal. Komm mal her, komm mal her. Mensch, Mensch. Nein, nein. Es ist wichtig. Es ist essentiell wichtig. Nein. Oh, hier. Es ist in der Mauer sogar eingelassen. Oh, jau. Okay, das ist wirklich essentiell wichtig gewesen. Halleluja. Okay, jetzt komm mit zu meiner Heroinecke. Jetzt ein bisschen Enhance-Movement. Zack. Das Gebäude kenne ich noch gar nicht hier vorne. Das ist direkt vor uns hier. Seht ihr das? Ja, was ist das denn für eins? Oh mein Gott. Boah, guck mal. Hier ist so ein Treff, wo man sich hinsetzen kann mit seinen Kollegen. Bier trinken. Ja. Weißt du, das sind immer so Bänke in so Parks, wo sich so Leute denken. Boah, da können sie sich da so treffen. Sozialer Mittelpunkt. Können sie philosophieren und so. Dann sitzen da so Leute und trinken Bier. Und hier, guck mal. Ich dachte mir, hier können wir uns so hinsetzen. Hier so. Weißt du? Was war das so ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich hab auch so einen Knackenlack gehört, oder? Tacker vielleicht oder so. Vielleicht, setzen wir hier hin. Vielleicht tacker das. Du hast du meine Merck? Ich hab schon lange nicht mehr gehört, übrigens. Hast du mal einen Euro? Guck mal, hier ist Kuntis Marktcenter. Ja. The more you buy, the more you save. The heart of the city. Das ist schon crazy, dass sie da hochauflösende Texturen benutzt haben. Ne? Das sind nicht so verwaschende Sachen, die man nicht kennen kann oder lesen kann. Kennt ihr das YouTube Video? Open the door! Open the door! Why are you closed? Tür ist wieder zu. Scheiße mein. Aber das können die doch nicht machen. Die können doch nicht ein Haus hier hin spawnen und dann kein Innenleben rein machen. Bitte! Ich will einfach nur einen leeren Raum haben. Bitte! Der muss nicht mehr groß sein. Das ist halt auch schon so ein Hyper Battle Royale Killer, ne? Ja. Finde ich echt nicht schön so, muss ich ehrlich sagen. Oh, eine Bunkeranlage. Ah, hier sind sogar Parkplätze auf der Hauptstraße. Wolltest du nicht zu uns kommen, David? Rego! Seid ihr eigentlich schon wieder hin? Ja. Wir sind auf dem Dach. Wir spielen da rum. Ja? Auf welchem Dach? Hey Knüppel, guck mal, ich lass mich einfach runter und dann gehst du über meinen Körper. Okay, warte, ich halte mit meinen Händen fest. Bist du bereit? Okay. Vielleicht später. Wenn man springen könnte, wir sterben glaube ich nicht aus der Höhe. Warte, hier. Ich zeig's dir. Wo bist du? Ich spring jetzt hier vorne runter. Moment, ich fang nicht. Das sind ja so... Retter oder Steinschütze. Das ist safe. Okay. Ah! Okay, Steinschütze sind nicht gut. Das ist natürlich eine super Idee, Knüppel. Okay. Und vergisst nicht, ne? Jede Ex ohne kostet 25 Euro. Ich kenne mich schlecht. Verweiter. Von mir her, dritte Auswahl draus. Eins, zwei, drei. Das ist die vierte. Nein, das ist egal. Das ist gut, das ist gut. Okay. Ich finde, es ist ein Berghof, oder? Oh, guck mal. Da rechts war ein Shop, wo Drachen drin gesponsorgen sind. Supermarkt. Weiter, weiter. Keine Zeit für Kevin jetzt Sachen zu kaufen. Was ist denn hier hoch, oder? Kevin, nur gucken, wir kaufen dir nichts. Oh, Mann. Okay, weiter. Noch weiter. Also, straßenfolgen. Straßvorlauffolgen. Am Ende der Straße rechts. Oh, das ist in Kirche übrigens, kann man da rein. Das testen wir jetzt erstmal aus. Guck, ob die Mauer kaputt geht. Alles klar. Wow. Oh, der Steinweg ist mega cool. Hallo, nicht auf dem Rasen. Entschuldigung. Macht man nicht. Das ist recht. Das ist Respekt. Ja. Es geht richtig gut aus, das Gebäude. Weißt du, wie das auch aussieht? Es sieht so aus, wenn man nicht reingehen könnte. Aber ich meckere ja schon nicht mehr. Ich bin ja froh, dass die Map da ist, okay? Oh, hier so ein Balkon und da sind so... Und... Aber trotzdem. Sieht trotzdem gut. Das sieht wunderschön aus. Ganze wünschen hier alles. Mega gut gemacht. Ja, Mann. Mir wird richtig warm, wenn ich das sehe. Könnt ihr da anlegen oder eine Wasserkühlung? Warte ich gerade die ganze Zeit, dass ich irgendwo hier durchlaufen irgendwelche Leguane hier vor mir rumlaufen. Boah, ja. Ja. Warum geht es nicht so Geckos? Das wäre doch eine total geile Sache. Ja. Wer weiß, dass da noch kommt? Auf den Weg laufen, bitte. Oh, Entschuldigung. So. Kann man sich Steine kaufen. Na ja. Der Rock Supplier. Wer ist wirklich ein Stone Supplier? Boah. Ich hab richtig Bock heute Stone zu werden. Ab zum Stone Supplier. Oh. Guck mal da eine Klassiker. Lass da Inventory gucken. Okay. Können wir mal was zu langsam. Wir gehen uns noch ein bisschen Gas hier hinter den Uhr. Wie ein First Person. Oi oi oi. Verlesst du die schöne Map gar nicht? Klar. Nur schneller. Du hast schon recht. Oh. Boah. Mia Skills. Hat der gerade irgendwas mit Altes am Schild? Ganz vorne links. Oh. Ich glaub jetzt Supermarkt. Ja. Guck mal hier. Da steht sogar wirklich Altes. Altes Furniture. Ah. Bestimmt leer. Bitte. Ja. Man kann in den Supermarkt rein gehen. Hey. Guck mal. Die guten alten armer Zweifel. Äh. Regale. Ich bin nicht ein Daisy. Wow. Ich würde sagen, wir waren ausverkauft vor kurzem. Aber ich mach die Türen. Ich stell mich kurz vor einer Klimaanlage. Du bist warm. Da steht's auch übrigens. Fast Food and Takeaways. Deswegen ist der Laden noch leer. Ja. Ja, außerdem. Ne. Deswegen ist der. Ja, guck mal. Liquorland. Ich war hier noch nie. David Katzer, komm! Bitte! Nur auf den Berg, der Berg, der Feuer spuckt. Meine Fresse, in so einem Dorf kämpfen hier, ne? Stell dir das einfach nur mal vor. In den Dörfern oder halt im Dschungel selbst. Boah, großartig. Ich stehe mir vor, der letzte Kreis, drei Leute, in so einem richtig dichten Dschungelgebiet. Ja. Holy shit. Und einer heißt Hans Meiser, du weißt, das Game geht noch 25 Minuten. Ja, oder in diesem Gebiet da rechts von uns, direkt mit den hohen Gräsern. Oh, ja. Ganz ehrlich, das sind meine Gräser, da komme ich nie wieder raus. In diesem gefällt der Baum links, guck mal. Ach jo. Ich weiß sogar. Okay, tu meinen Gefallen und guck mal nicht auf die Karte, okay? Ich hab da grad was markiert. Wir sind in der Nähe davon, deswegen. Blüm ist, dass du sowas nicht sagen, weil jetzt bin ich die ganze Zeit gewillt M zu drücken. Ja, ne, 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 Kevin, du musst dich zusammenreißen. Du hast die ganze Zeit nicht M drückt, nicht einmal dran gedacht. Schmeißt deine Karte sofort ins Auto. Ja, genau, schmeißt die ins Auto rein, Kevin. Da war nicht meine mitgenommen. Ist ja gerade Kevin rausgefallen? Ich hab auf Inventory geklickt und bin gestorben. Aber immerhin hast du deine Karte noch abgeworfen. Ne, das ist meine. Ach so. Meine gute Kevin. Ich hab nur auf Inventory geklickt und bin gestorben. Na gut, es ist so wie der andere, der beim Autofahren auf Zeus drückt und dann auf einmal Das sieht halt richtig gut aus. Da oben, Endkampf. Einer ganz unten, der andere ganz oben. Neustgranaten runter, du Arschloch. Ja, das wäre die einzige Möglichkeit wahrscheinlich. Oh nein, wir sind im Dschungel. Ja. So, wo muss ich jetzt landen? Äh, ich geb dir Koordinaten. Lande bei 107, 86. Aber versuch nicht zu lesen auf der Karte. 107, 86. Jawohl. Am besten springst du ab mit Falsch hier. Du kannst sagen, hoffentlich hast du Falsch im Dschungel. Hab ich? Nein. Ja, dann lande mal da. Ich hab's hier nach vorne geguckt. So, 107. Ey, stell doch nur mal vor, du kämpfst hier von oben nach unten oder so. Das ist so surreal. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ich wirklich hier irgendwann kämpfe. Ich freu mich so bolle drauf, ey. Halleluja, Mann. Ich seh jetzt schon Branden, weißt du, sobald das halt nicht offiziell rausgekommen ist, seh ich schon Branden, wie er Tag und Nacht am Battle Royale arbeitet. Ich glaub, der macht das jetzt schon. Ich meine, du hast die Map ja schon. Er wird auf jeden Fall das Spawning-System schon jetzt machen. Weil das muss er ja anfassen für die Häuser jetzt. Nein, guck mal, was hier auf dem Boden wächst. Meine Güte. Knüppel, wie viele Punkte von 10 würdest du geben, bisher? 12. Dann musst du mal auf den Boden gucken, in First Person, und dann einfach mal nach oben. Dann kriegst du voll die Krise mit den ganzen Bäumen einfach oben. Oh, hier alleine in First Person rumzulaufen ist schon mega geil. Ich will da vorne jetzt auf die Insel gucken. Boah, Alter, unnormal, Alter. Boah, Alter, unnormal, Alter, ey. Wo seid ihr hin? Ich hab euch verloren. Nein. David, David. David, irgendwann wird all das mal dir gehören. Alter. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ihr seid. Ich steh ganz... Ey, wie gut das... Boah, stell dir mal vor, hier im Scharfschützengewehr, weißt du? Ja. Weißt du? Stell dir das einfach nur vor, du hast so ein Scharfschützengewehr. Ja. So, dann steck das Visier drauf. Ja. Und du liegst dich... Du liegst dich erst mal hier. Ich hab Angst, dass ich runterfalle. Du liegst dich erst mal hier hin. Du hast so, oh, guck mal, da unten. Da unten ist einer, ne? Du hast da, easy. Hast keine Munition, ja. Und dann... Ich möchte einen Fallschirm, ich spring hier runter. Du sprichst ja nicht unter mit Fallschirm, Knüppel. Ach, warum denn nicht? Das klappt bestimmt. Weil er da mit dem Jet zurückkommen muss. So, wie hat er denn? Wollen wir schon mal die Koordinaten? Wir hören dich. Das ist gut, spring da runter. Kann ich nicht, ich hab keinen Fallschirm. Ich muss hier unten gleich landen, warte. Ich versuch das einfach. Komm, ich geb dir die richtigen Koordinaten, warte. Fliegt nach 110, 84. Wer, einer von euch nimmt für die Karte hier? Gar keine Karte mehr dabei. Komm mit. Ich muss erst ein bisschen rumspielen, so wenn ich meine... Ich hab meine Grafiken, äh, Grafiken einstimmen, gerade alle auf voll Maximum, ne? Und nehmen auf und aus den Server und was nicht alles. Und das bummt schon auch nicht mehr im Computer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kann ich verstehen. Okay. Apple, passt hier, komm mit. Komm mal. Äh, Indiana Jones Musik, wie geht die nochmal gleich? Oh, hier, links, guck mal da. Au. Oh, what? Oh, die Stadt unter oben. Die hat so einen Schmolmund. Oh, guck mal, das ist so ein Kuchengesicht. Kein Glück, man. Klöpfe, willst du vorgehen? Du hast Angst nicht, dass du mir gleich so eine große Kugel entgegenkommst, weißt du? Du verstehst, was ich meine. De, 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 de. De, de, de. Auf den Baum zum Laufen? Mhm, kann man. Oh, 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 was das? Irgendwie? Also, noch ein hohes Gesicht. Oh, nice. Oh, hier sind Samen reingeritzt, Daniel. Eingemeißelt. Wow. Gehen wir hoch oder gehen wir runter? Hoch ist eben Wut, oder? Ja, schon wieder, wie pennt der Pancake-Treibe ist hier. Tribe. Stamm. Wow. Oh, der ist ein anderer. Wow, das ist ein Vogel. Ne, was ist das? Wow. Der sieht aus wie ein Affe. Wow. Okay, ich habe ein Steinshot schon wieder von gesehen, aber... Wow. Wow. Ich bin enttäuscht, wenn da nichts drin ist, mich anmerkend. Wow, das ist ein Zigurad. What the fuck? Ja. Und... What? 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 Oh, 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 oh. What? Wir gehen eine Base drin bauen. Ja, hier baut irgendjemand eine Base drin. Ich kann es dir garantieren. Und irgendjemand wird dann so extra nehmen. Ja, hier muss ein Trailer hin. Sorry. Oder hier ist die Atmen-Base. Wie darf man nicht rein? Guck mal, der Typ guckt genauso, als ich es das erste Mal gesehen habe. Guck mal, Kevin, das ist dein Spirit-Animal-Heading. Guck mal da. Wow, das ist echt cool, man. Holy shit. Ich habe irgendwie Angst, jetzt um die Ecke zu laufen und irgendwo in so ein Loch zu fallen. Snakes. Why it has to be snakes. Wow. Schlange! Schlange! Ich geil. Was hast du da vor? Ich will da hoch. Guck mal, machst du einfach so wie David. Oi. David ist halt unsere Ziege. Mäh, mäh. Eee, ah, ah. Oh, halt einen Moment, warte. Oh, nein, hier geht es nicht weiter. Doch, Dave, hier geht es weiter. Ja, weg ab. Du musst einfach nur die ganze Zeit geschubst werden von Knüppel. Dann gehst du auch weiter. Ich will da durch. Oh, geil. Ha, ich habe es geschafft, bin rüber. Good job, Knüppel. Ich habe Angst zu sterben. Oh, ich habe es auch geschafft. Auf der anderen Seite. Oh, oh. Ich hoffe, mich nicht mehr zu bewegen. Oh nein, oh nein. Maybe I'm dead. Aber nur vielleicht. Jetzt war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Daniel. Ich helfe dir. Wie ist er? Du hättest auch funktioniert übrigens. Oh, ich helfe mir. Daniel, hilf mir. Oh Gott, Daniel, hilf mir. Schwerst mit dem Smoke. Das hilft mir bestimmt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe Knüppel geholfen. Dir geht es besser? Danke. So, Knüppel, liegst du im Dreck? Wir sind mal kurz am Glockenturm vorbeifliegen. Ich will gucken, wie spät es ist. Jetzt heißt es zu sterben, Knüppel, David. Jetzt heißt es zu sterben, ist es. Oh Gott, das ist ganz schön tief, Alter. Komm, Mann. Das klappt. Du kannst einen Meter über der Wasseroberfläche fliegen. Guck mal, das ist echt sehr tief. Wenn dann eins steht, dann geht das. Guck mal, wie tief das ist. Das klappt, das klappt, das klappt. Guck mal, wie tief das ist. Das ist crazy, Alter. Ernsthaft? Soll ich das versuchen? Nee. Geh auf einen Meter runter und dann einfach nur langsam über den Boden rüber. Also nicht langsam, schon schnell, aber einen Meter. Das klappt. Echt? Ich hatte gerade nicht das Gefühl, dass es funktioniert. Okay, machen wir. Ich glaube auch nicht, dass es klappt, aber hey, warum denn? Einfach versuchen, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine gesunde Entscheidung ist, jetzt in die Ego-Perspektive zu gehen. Ja, doch. Jetzt hast du auf jeden Fall. Oh Gott, wir sterben. Ein Meter runter. Runter. Das haben die nicht umsonst so gemacht. Okay, das wird echt eng. Du musst weiter runter. Okay, das... Komm, komm, komm! Oh! Oh! Wow, fuck my life! Das passt genau. Drück mal Alt-F10. Hat das jemand als ein Personal aufgenommen? Ja, ich. Ey, schick mir das. Holy shit, Alter. Wundervoll. Ich wusste, dass ich nur runtergehen kann. Knüppel, danke übrigens für dich anfeuern. Aber ich dachte nicht, dass das wirklich funktioniert. Halleluja! Also ich dachte, wir sterben. Das ist aber ein Millimeter, ne? Definitiv, ich dachte, wir sterben müssen. Ich dachte, es ist vorbei. Ich dachte, ehrlich gesagt, auch, dass du da berührst. Ich war ein bisschen überrascht, dass wir nicht explodiert sind. Oh, Mann. Okay, wo ist die andere Brücke? Oh, Gott. Jetzt geht's los. Oh, nein, das Ego ist angefeuert. Ah, wo ist die Brücke, Kevin? Die war links hier im Wald. Hier im Wald? Ja, links. Ich kann nicht da hinlotsen. Noch ein bisschen da links. Holy shit, Alter. Das war richtig knapp. Gleich links, da ist die Brücke. Oh, ja. Ja, ist klar, Alter. Wow. Ja, ohne Scheiß. Natürlich, Kevin. Da würde ich nicht mal mit dem Auto durchfahren. Oh, guck mal hier oben. Ich mache mit dem Hedi. Hier ist ja wohl los. Trinkt doch. Aber wir müssen das verlangen, mit dem SUV hier den Hügel runterzubratzen. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, ja? Für den Fall, dass ich das jetzt einfach so einspiele zwischendrin, weil das war großartig. Und etwas unerwartet, muss ich zugeben. Tanua ist Teil vom neuen Apex-Update, beziehungsweise vom neuen Apex-Add-On, ja? Das Update für euer Armor, gibt diese wundervolle Map euch zum Spielen und ganz viele neue Features, ja? Es gibt neue Fraktionen übrigens, das hast du vormittig auch noch nicht mitgehört. Es gibt irgendwie das Syndikat und noch so ein paar mehr. Es gibt da so Leute, die machen das total detailliert. Bei uns ist es einfach nur so, es gibt ein paar neue Fraktionen, die ein paar neue Waffen bekommen. Und es gibt vor allem eine Fraktion, jetzt kriegt man eine eigene AKM, ja? Also eine Fraktion, die spielt zusammen Guerilla-Waffen, die AKM, AKSU und so. Ganz viele crappige Waffen. Aber das werde ich erst behandeln, wenn die Waffen auch wirklich ingame sind. Derzeit ist wirklich nur die Map-Tanua drin. Deswegen zeigen wir auch gerade nur die Map-Tanua. Und nicht eben die Waffen, die mit dem Tanoa, beziehungsweise Apex-Update kommen. Nur ganz nebenbei. Gottverdammt. Ich bin immer sehr, sehr stolz, dass es gerade funktioniert hat, möchte ich anmerken. Ich habe ein bisschen Puppi in der Hose, aber ist okay. Als Türbel mich so angefordert, ich dachte so, ja gut, dann ramme ich jetzt halt das Scheiß-Teil so, ne? Oh, was denn? Oh mein Gott. Wir haben die gestrecken sich. Ich hab übelst Schiss bekommen. Das ist aber auch übelst knapp. Nein, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, als die Kufen den Baum gestriffen haben um eine Kokosmus mitzunehmen. Der klemmt jetzt da vorne, wenn du schon mit der Links das Ding nicht runterschießen kannst. Oh, guck mal, da ist so ein... Wow. Und wo? Da ist schon mal der Drogenhändler in Tanoa live, ne? Jetzt muss ich was sagen. Oh, guck mal, da kommt die Brücke. Oh, ja, das ist ja... Im Vergleich zu dem anderen Ding gerade eben, Alter, war das ja, ist das ja ein Kinderlätzchen hier. Mach ne Barrel Roll drunter her. Na, ich glaube... Okay, dann flieg ganz, ganz rechts drunter her, Knüppel. Ganz, ganz rechts, weißt du? Da ist er am Strand entlang. Ey, dass das gerade funktioniert hat. Ich glaube, das ist World First übrigens, dass wir das geschafft haben gerade eben, ne? Ja. Unter dem Stein. Geh auf einen Meter. Ja, geh doch jetzt runter. Knüppel wollte auch, dass er abstürzt. Dann gibst du. Nein. Ich wusste, dass es klappt. Ich wusste einfach. Ich sehe schon, ich sehe schon den Titel des Videos. First World Undergo Heliflug. Und dann ganz hinten in kleinen, so in Schriftgröße 5, Unternoervorstellung. Ja, die Leute werden das Video sehen und werden jetzt kommentieren, so, meine Güte, der Helikopterflug hat mich wirklich beeindruckt, ja? Und die Map ist auch ganz gut. Ja, und die Map ist auch ganz gut, genau. Ich mag die Palmen. Die schwarzen Steine sind auch gut gewesen, ja. Ich mag die schwarzen Steine, die sind großartig. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles zusammenschneide, ne? Aber das ist einfach wunderschön. Die Map ist echt genial. Super, wirklich. Großartige Arbeit, ja? Great job, Bohemia. Wheelie. Great job. Sorry, wie bitte? Ich war ein kaputes Boot gebracht gewesen. Jetzt, wo du es gerade übrigens das Schiff gesagt hast, mir fehlt so ein Piratenschiff, was hier irgendwo so ist, weißt du? Wo man Gold findet. Oh, das ist so ein Piratenmod. Ja. Piratenmod. Kannst du mal über dieses Dörfchen einmal kurz rüberfliegen? Welches das hier? Was rechts? Kannst du ruhig krass fliegen, keine Sorge. Ja, nö. Ich bin jetzt in der Geschwindigkeit, wo man so richtig schön Schauflug machen kann. Auch wieder. Schauflug. Guck dir das an. Ich hoffe, ja? Ich hoffe ganz, ganz dringend, dass sie die ganzen Gebäude noch begehbar machen, ja? Oh ja. Ganz, ganz dringend. In irgendein Update. Auch wenn es so nach und nach ist. Ja. Guck mal, das ist so eine Kapelle. Richtig. Tatsächlich. Oh, tatsächlich. Aber warum? Und da ist ein Tiki-Dorf wieder. Ich mag, dass in den Tiki-Dörfern immer so bunte Büsche drin sind, weißt du? Passt irgendwie. Da ist ein kleines Schilder, da steht bestimmt irgendwas komisches drauf. Da steht... Salu Niki. Wunderschön hier. Ja, vor allem. Ich kann mir vorstellen, wie viel Spaß Daniel hat mit dem Battle Royale wieder in die Zone zu kommen. Nein, ich muss losfahren. Oh nein, das ist ein Dschungel. Scheiche. Ja, ich hab mal ganz am Anfang versucht, mit dem Pick-Up durch den Dschungel durchzufahren. Das war nicht so lustig, sag ich dir, Knüppel. Der Knüppel, hau mal mit dem Roter hier eine Kogesnuss ab. Ja, vor allem, ich glaube, hier mit dem Auto durch den Dschungel zu kommen, ist noch 10.000 Mal schlimmer als auf Lingor. Schön gemacht, Knüppel. Schön gemacht. War knapp, aber war schön. Ja, das... Es sinkt gerade automatisch. Ich mach nicht mal was. Erstens, vielleicht sagen wir den Berghof, Ling? Oh, das ist möglich. Meine Fresse. Wir sinken nicht, der Boden kommt näher. Ich glaube, ich fang das Video an mit dem Flug. Flug ist das besser. Welchen der ganzen Flügen, die wir gemacht haben? Ja, ihr könnt in den Kommentaren übrigens schreiben, ihr könnt es herausfordern zu einem Kunstflug, ja? Wenn ihr auf der Nordreise seid, ja? Wir machen das in P, wir sind es quasi ein Stunt-Team, ja? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ja? Aber Dave hat auch einen Stuntman-Namen, ja? Erinnern sich irgendwelche Leute in den Kommentaren an Dave's Stuntman-Namen, ja? Könnt ihr bitte kommentieren, ja? Ein paar Old Facts kennen das. Boah, ist das geil hier. Das Links habe ich mir ein bisschen spannender vorgestellt vom Namen her. Oh, was ist das denn? Ist das ein Pentagon? Nein. Nee, das ist, glaube ich, moderne Kunst. Ich glaube, das war damals echt eine Verteidigungsanlage, ne? Das kann gut sein, ja. Soll ein Fortress sein. Kann man die Kanonen benutzen, bitte? Natürlich nicht. Wir brauchen eine Kanonen-Mod. Okay, Knüppel, wir brauchen jetzt einen sehr, sehr schnellen Überflug über den Rest der Insel. Keine Szenisch, ja? Wir müssen jetzt, du musst jetzt, keine Ahnung, dreh die Cappy um und tsch, 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 tsch. Die Cappy hat abgesetzt dafür, jetzt reicht's hier. Ja, jetzt reicht's. Okay. Also, ich bin ja natürlich jemand, der sehr, sehr subjektiv die Sache sieht, ja? Ich versuche objektiv zu bleiben, aber mal ganz ehrlich, ich bin absolut gehypt. Das ist geil hier. Tanor ist verdammt geil. Ich würde sonst nicht sagen, kauft euch den Mist, ja? Ähm, ich hab sogar schon vielen Leuten meiner Freundsliste einfach so Tanor gekauft, so in der Art so, ey, die waren sich unsicher und ich hab das gekauft, so in der Art so, hier, nimm, nimm! Musst doch nicht wieder zu deinem Glück zwingen! Und, äh, ja, ohne Scheiße, ey. Seht zu, dass ihr den Kram hier bekommt. Es wird so viele Mods dafür geben, die unglaublich geil wären. Ihr könnt nichts falsch machen, ganz ehrlich. Also, wenn ihr Arma 3 mochtet natürlich, logisch, ja? Dann könnt ihr nicht viel falsch machen. Ja, wenn die ganzen neuen Waffen drin sind und die ganzen neuen Fahrzeuge und so weiter, dann machen wir doch mal so ne, so ne, so ne schöne Szenerie, ja? Wo wir so ein bisschen rumdüsen und so weiter, wo wir Tanor so ein bisschen erforschen. Haben wir davor auch schon gemacht. Ich weiß nur noch nicht, inwiefern ich davon alles verwende. Weil der Helikopterflug mir grad so gut gefällt. Und, äh, boah, ich weiß nicht, ey. Ich hab einfach ein gutes Gefühl. Ganz ehrlich. Ich bin froh, dass Bohemia sich in die richtige Richtung entwickelt, ja? Und mehr und mehr auf die Community hört. Die haben das Wasser, äh, verbessert. Die haben im Eden-Update den Sound verbessert. Ja, die haben quasi ihre komplette Engine renoviert. Und das ganze Geld, was damals mit Desi eingenommen wurde, ja? Was im Endeffekt Bohemia wieder richtig groß gemacht hat und einen richtig dicken Schub gegeben hat, ja? Das haben die gut investiert, wirklich. Und das hier, das sieht dann eine sehr gute Investition aus. Muss ich einfach so sagen. Ja, von mir merkt halt auch, wie viel Liebe halt drinsteckt. Gerade im Details und so. Etwas, was die überall drin haben, wie es aufgebaut ist. Großartig. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020